So ist das das Portal nach der drüben? Nein, natürlich nicht. Schon das falsche Portal. Und das Portal? Das ist das Richtige. Natürlich. Ich würde sagen, wir nehmen erst mal nicht die ganzen Teleforter. Wir können ja später noch herausfinden, wo die alle hinführen. Ja. Boah. Ich bin jetzt nicht sicher, ob ich die Angriff... Können die Fernangriffe machen? Ich spiele Schleswig-Holstein, erkläre die Unabhängigkeit und zerschlag die einfach. Mach dich zu meinem Versailles. Ne, die mühen mich auch. Ne, wenn ich Schleswig-Holstein spiele. Oh, da ist ein Boss dabei. Oh, da ist ein Boss dabei. Bleiben wir lieber noch ein bisschen hier drüben. Ja. Manerverbrennung extra schnell. Blitzverzauberung. Oh, ich bin fast tot. Kriege ich besser mal schnell. Ich spiele Litauen oder obere deutschen Ordnung, so wie du ihn nicht bekommst. Musst mir doch helfen. Ich spiele Nogorod. Mach sowohl Moskau als auch Dänemark gleichzeitig platt. So Schweden spielen. Hm. Also wenn ich ein paar finde, die mich bei der Unabhängigkeit unterstützen, hast du ein Problem. Ja, doch. Oh Gott, Immun gegen Körperschaden. Ja, geil. Na, warte ich mal, bis der Fino wieder kommt. Schweden mag Dänemark sowieso nicht so. Ja, das geht nun mal. Du musst ihnen halt nur das Zeug geben, was er von ihr wollt. Ja, aber es ist nicht so einfach wie... wie Holstein, oder? Ja, du hast ja auch Malus reingedrückt, wenn du die Dinger anecktierst. Äh, integrierst. Hallo? Ich hab natürlich kein neues Portal gemacht, weil... Ja. Wie macht mein Schatten da Schaden? Der macht doch auch nur Körperschaden, ne? Weiß ich nicht, macht der nur Körperschaden? Ich weiß es nicht, scheinbar nicht nur, weil Immun gegen Körperschaden. Heu. Hallo, ich... ... würde gern durch das Portal gehen. Oh. Ah, mein Schatten ist tot. Der Portal ist ja spürt. Ich... mein schatten meister ist nicht aufgetaucht was ich habe noch den malertank aufgenommen kommst du noch mal irgendwann das wäre schön bin unterwegs ich will frankreich ich glaube ich habe noch nie frankreich er macht immer an macht so so fern flächen schaden man machen wir mehr flächen auch machen die mit den körpern weg jungen diese scheiße mein kampf lese ich nicht das ließ das geistig behindert ich sollte meine zuschauer zu ihr lesen oh ich habe ein level abgekommen kräftige nicht nicht so richtig zu welches portal nehmen wir jetzt das untergeht schon mal nicht weil er viel im weg steht ich glaube wir mal der fien nachher wenn du gut die die gegner mit körper schaden stört mich nicht doch doch mana ja ich habe auch tränke wirst du keine mehr hast kaufe ich mir neue ich hab mal bugund gespielt war etwas unangenehm ist mein schattenmeister schon wieder wie ist das wo ist er da drüben wie kommt er da hin hat ein portal genommen ja aber warum soll das nehmen was ich nehme oder na toll ich habe kein mana mehr hey maglose amethyst ich kann nichts mehr tragen das ist ein guter ort zum leveln hier das ding für mich ist das aktuell eine mitzuflucht oh mag nur so tot aus ich könnte nochmal Aragorn spielen das war am letzten mal der Erfolg ich spiele das Bezantische Reich ich spiele doch Brommel hmmm ich suche mir einfach einen mächtigen Verbündeten und schluck den mal mal die Länder feststehen welch einen komplexen Plan werfen der nur darauf ausgerichtet ist Dänemark zu zerschlafen da nicht mehr Ruhe mach ich beziehungsvervisor ich beleidige dich einfach ich beleidige dich einfach was machst denn du da jetzt ein portal naja ich brauche Tränke ich hätte ja einen geben können was für Tränke überhaupt alle bahne und liegen ah und guck dir meinen Schatten wieso macht der nichts gut und wieso ist dein portal noch offen ne wenn ich ein neues gemacht hab mal so ja schon wieder so mumienkörnerschaden eine Poolruhne ach du scheiße ah ähm ich hab da mal ein Portal zum Glück zum Glück ich hab sicher aber trotzdem mal ein Portal gemacht ähm im Fall das wir spontan brauchen zum Glück sind die alle nicht immun gegen Blitze das war aber bei mir schon so ein bisschen knapp gerade oh wow aber liegt Geld liegt noch mehr Geld jaaa jaaa wie fliegen die Sachen interessieren die ganzen kleinen Zauberner ich geh mal kurz in die Stadt ich muss mal Dinger verkaufen auf Dinger es ist mir eine Ehre euch zu dienen jaaa super jetzt überleg ich grad soll ich die Heildranke verkaufen oder ja ja geil meine Truhe ist maximal befüllt musst du wohl was verkaufen nein ich kann was äh das ist grad schwierig äh kann immer die nicht irgendwie schnell verkaufen die scheiße ja vielleicht wenn man Steuerung statt Schiffe trifft dann muss man jetzt vielleicht sogar na gut verkaufen halt wenn hier auch eh kein Mensch die dicken natürlich ach komm schon ähm jetzt wohl ich Dings verschmelzen habe aber noch eine Rüstung in diesem Kackwürfel gehabt die natürlich einen Sockel Slot hat geil hab's natürlich gesagt ja gut nein dann gibt's jetzt keinen siebten perfekten Amethysten warum hebe ich die überhaupt noch auf hast du auf dem Fall dass ich irgendwann mal was zu Sockeln finde also nie also nie ähh ja ja und die rüssst du mal bestimmt was wird hast du ein neues Portal gemacht oder ja und noch mehr was können wir noch verkaufen ich habe hier im chat gelesen mit menschen und so belastend nein ich will keine integrationsrolle mitnehmen wo ist denn der zauber hin hatte ich finde sie eingesteckt diesen überlegen großen zauber 21 feuerwielstand was habe ich überhaupt so einen zaubern jetzt können die leute nicht entscheiden ob sie auf youtube oder twitch spielen zu schauen wollen aber beiden zu gleichzeitig und auch schön überall auf beiden plattformen abonnieren und kommentieren und subtrahieren und multiplizieren und onanieren und dividieren schild ich habe ein schild gefunden das ist sogar gesockelt und gelb toll hat jemand angepingelt der viele denken das ist ja herzvoll deswegen ja ach du scheiße also die welt war zu mir mein schattenmeister hat die hälfte übernommen ich bin wieder postet bei ich muss mal kurz pause machen extra stark steinhau da mein schatten tankt das schon muss man schatten ach da ich sehe vor lauter explosionen nicht der im weg steht immer steht der im weg rum der tankt halt der ist halt ein punch schau dir an was ist der wow der frisst halt echt viel dazwischen ich habe eben noch mal ein ding abgegeben das macht man schon meine sims sind nicht ganz synchron ach das ist jetzt kein argument ich frage jetzt ob ich auf Twitch dann auch noch alter und er hat mich natürlich eingefroren ach komm das war's ich zeig dir mal was anderes ich zeig dir mal was anderes ich zeig dir die leg und jetzt wieder Plattenluster Verteilung 424 uh uh da muss ich jetzt auch mal kurz in die Stadt hm hm so ist das Schild besser hm 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 und ich habe immer noch, achso ich habe mein und dein Ohr in der Kiste. Ich habe noch nie rennen gefahren, weißt du? Ich habe keine Ahnung wovon meine Zuschauer überhaupt reden, oder alles wie immer, so ich gehe mal vorsichtig weiter, da sind wir im Kreis gelaufen, sehr gut, ja hier geht es nur im Kreis, wir können gleich Schluss machen, äh Moment, ich nehme lieber keine Portale der weiß, wo die mich hinfühlen. So, wo bleibt denn jetzt Filio, ich mache die Aufnahme, können wir schon mal weiter ohne mich? Ne, ne, lass mal, der weiß, wo ich dann lande. Also ihr schreibt in meinen Chat, da bin ich natürlich angesprochen, damit sprecht ihr mich automatisch an die niederen Wesen. Und jetzt bringt mal Opfergaben eurem Gott, jetzt lasse ich die Erde beben. Aber ich habe noch gar kein Rennspiel auf meinem Kanal, außer die, die ich in deinen Steam-Keys bekommen habe. Nein. Das ist doch ein Mega-Race auf deinem Kanal. Nein. Naja, das war ja, das war ja, uff. Ach, da muss ich immer noch, obwohl ich immer noch mal die letzte Runde spiele, ne? Ohne Cheats, was war das? Die letzte? Ja, die letzte ohne Cheats, genau. Weil du die vorletzte ja nicht geschafft hast. Die habe ich mit Cheats kaum geschafft. Hast du die jemals geschafft? Ne. Und dazu macht diese dummen Kommentare und sagt, ja du musst nur leicht lenken. Musst du mich verarschen, ich kann in dem Spiel nicht leicht lenken. Haben sie Kommentare gepostet auf YouTube? Ja, das war auch damals, habe ich das nicht schon gestreamt gehabt? Ja, das hast du auch gestreamt, ja. Dann hat irgendeinem Check gesagt, ja du musst leicht lenken, damit du nicht ständig gegen die Wand knallst. Und mir denke, ich lenke schon leicht. Und trotzdem kannst du halt sowas drüber. Außer manchmal, dann bewegt sie sich gar nicht weg und kannst du halt trotzdem einfach irgendwo dagegen. Ich könnte mal ein gutes Rennspiel spielen. Ich würde gerne mal Test-Life Unlimited 1 spielen, aber... Unterweilen will da mein Gamepad nicht funktionieren. Musst du da ein bisschen Blitz wieder schon reinhauen und dann könnte es ganz gut werden. Ich habe schon 22 Blitz wieder schneiden. Oder... Ich würde schon gegen alle Schadensarten... Oder ich muss doch eigentlich mal F-0X spielen. Das sind 19... 2x19... Also 36... 38... 36, ja. 38... Und nächste Runde einfach mal F-0X spielen. Äh, nächste Runde. Nächste Woche. Ja, ne. Dann müssen wir wieder N64 am Rato benutzen. Einen davon... ... ... ... ... ... ... ...